Zwei neue Funktionen erleichtern dir ab sofort deine Gestaltung im CW Fotobuch. Die smarte Anordnung erleichtert dir das Layout deiner Buchseiten. Mit dem neuen Verschieben der Stege legst du die Größe, die Bildausschnitte und die Anordnung deiner Fotos auf deiner Seite fest. Wie das alles geht, das zeige ich dir jetzt. Ich beginne mit der smarten Anordnung von Inhalten. Du hast ein neues Projekt in der CW Fotoweltsoftware geöffnet und leere Fotoplatzhalter sind auf deinen Seiten zu sehen. Öffne jetzt die Fotoauswahl links und zieh deine Fotos auf die Buchseite. Achte darauf, dass du die Fotos in den weißen Bereich Fotos smart anordnen in der Seitenmitte ziehst. Das Programm platziert nun deine Fotos automatisch. Dabei werden Gesichter, Inhalte, Farben und vieles mehr beachtet. Hast du alle Fotos eingefügt, klicke links auf Seitenlayouts. Hier zeigt dir jetzt das Programm zusätzliche Gestaltungsvarianten mit deinen Fotos an. Willst du ändern, zieh eine der neuen Varianten auf die Seite und passe abschließend dann die Bildausschnitte an. Nun kommt die zweite neue Funktion zur Anwendung, das Verschieben der Bereiche durch die Zwischenstege. Zieh mit deiner Maus auf der Buchseite zwischen die platzierten Fotos und bewege mit gehaltener linker Maustaste den Steg. Entweder nach unten oder oben, beziehungsweise nach rechts oder links. Dadurch verschieben sich die Inhalte zusammen. Das Layout verändert sich direkt. So kannst du mit eingefügten Fotos sehr leicht neue Layouts erstellen. Korrigiere dann abschließend die sichtbaren Bildausschnitte, bewege also den Bildausschnitt mit gehaltener linker Maustaste und die Seite ist fertig. Noch ein Tipp. Speichere deine neuen Layouts gern als eigenes Layout ab. Verwende dazu das Werkzeug im Bereich Anordnen rechts oben. Ein Klick und das Layout ist im Programm gespeichert und lässt sich immer wieder verwenden. Hast du in deinem CW-Fotobuch als Vorlage leere Seiten gewählt, ist die smarte Anordnung nicht aktiv. Zum Aktivieren öffnest du den Bereich Seitenlayouts links. Über alle Anzeigen oben kannst du nach Vorlagen filtern. Wähle hier einen Bereich aus, der vorn eine blaue Markierung hat. Ich wähle großflächig mit vier Fotos aus und füge das Layout auf der linken Buchseite ein. Auf der rechten Buchseite füge ich ein Layout großflächig mit zwei Fotos ein. Nun ziehst du deine Fotos direkt in die leeren Fotoplatzhalter auf deiner Seite. Und passt jetzt abschließend die Bildgröße über die Stege an. Du verschiebst also nur die Stege für ein neues Seitenlayout. Oder du gehst wieder den Weg über die smarte Anordnung. Ziehst also deine Fotos in die Seitenmitte und lässt das Layout durch das Programm gestalten. Abschließend passt du dann über das Verschieben der Stege das Layout final an. Die beiden Funktionen Fotos smart anordnen und das Verschieben der Zwischenstege lassen sich auch im Bereich Anordnen, Layout-Variationen, rechts oben in deiner CW-Fotowelt-Software ausschalten. Das vereinfacht auch das finale Ausrichten deiner Inhalte und Objekte. Diese beiden neuen Funktionen sparen dir also viel Zeit bei deiner CW-Fotobuchgestaltung. Probier es gern einmal aus und schreibe uns gern einen Kommentar unter das Video, wie es funktioniert.